Next Generation Sales Academy Next Generation Sales Academy ist ein strukturiertes Programm bei Dell, das dir nach zwei bis drei Jahren die Möglichkeit bietet, befördert zu werden. Du wirst in dieser Zeit intensiv geschult auf deine Sales-Rollen und nachdem hast du genug Erfahrung gesammelt, damit du bereit bist für die nächsten Schritte. Es kann eine Sales Manager-Rolle sein, es kann eine Account Executive-Rolle sein oder wenn es dich eher für einen technischen Weg zieht, hast du auch hier deine Chance. Was ich bei Dell am liebsten ist, dass wir eine sehr große Palette von Produkten die technologischen Applikationen für unsere Klienten benötigt sind. Und es ist dank dieser sehr große Palette, dass die Klienten sehr verschieden sind. Wir beginnen mit kleinen Strukturen. Wir können die Kommunen, die Stadt, die Häuser, die Häuser, aber auch sehr große Multinationale nutzen. Das ist das, was hier sehr interessiert ist, dass wir mit allen Klienten und sich mit den Problematiken sehr diversen, aber immer eine Lösung haben. Das ist wirklich etwas, was ich empfehle. 2019 habe ich mich für Dell Technologies entschieden. Im Rahmen des Next-Gen Sales Programmes hatte ich die Zeit, mich zu entwickeln, die Leute über die Schulter zu schauen und verschiedene Trainings zu absolvieren mit Leuten aus ganz Europa. Sehr schnell durfte ich Umsatzverantwortung übernehmen, vom Hunting bis zum Abschluss von neuen Kundenprojekten im Banking- und Insurance-Sektor. Diese Folge durfte ich feiern und ein Jahr später habe ich die Chance bekommen, einen Schritt zu machen zum Account Executive. Falls dich das neugierig macht und du Interesse hast, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dich bei uns melden möchtest. und das ganze mit dem Gedanken allein in der Sonne Die E Ass similarities bei Buttonbereich bei uns auf Game of Thrones und die Welt.